Über Plan International ein Geschenk zu machen ist immer sinnvoll, manchmal sogar tierisch sinnvoll. Ziegen, Hühner, Lamas oder Bienen landen in Deutschland eher selten auf dem Gabentisch. Doch genau solche lebenden Geschenke bieten Kindern und Familien in den Plan-Projektländern eine neue Perspektive. Nutztiere helfen ärmeren Familien dabei, ein hilfreiches Zusatzeinkommen zu verdienen. Die Familie von Monika in Sambia zum Beispiel hat drei Ziegen geschenkt bekommen. Schnell wurden dann aus drei Ziegen 26. Aus der Ziegenmilch kann die Familie von Monika Käse herstellen. Der Käse sowie die Milch werden dann auf dem Markt verkauft. So sichert sich die Familie ein dauerhaftes Einkommen. Zudem kann die Familie ein paar Tiere verkaufen und verdient so zusätzliches Geld, mit dem sie die Kinder zur Schule schicken kann. In Bolivien hat Maya zwei Lamas als Geschenk bekommen. Außerdem lernt sie, wie sie die Wolle der Lamas nutzen kann, um Kleidung und Kunsthandwerk zu fertigen. Dadurch hat sie die Chance auf einen sicheren Lebensunterhalt. Unser Ziel ist es, dass die gesamte Gemeinschaft von deinem Geschenk profitiert. Wenn Monika zum Beispiel eine ihrer Ziegen verkauft, dann können auch andere Menschen in der Gegend ihre Tierhaltung ausbauen und mit der Milch und dem Fleisch der Tiere wiederum ein eigenes Einkommen erzielen. Jede Person, die ein Tier geschenkt bekommt, wird auch zu den Haltungsbedingungen geschult. Außerdem achten wir darauf, dass die Tiere tierärztlich und richtig versorgt werden. Deshalb bildet Plan International tiermedizinische HelferInnen aus. Denn nur gesunde Tiere helfen den Menschen. Das Schenken von Tieren hat für viele in unseren Projektgebieten eine große Bedeutung. Denn eigene Tiere geben Hoffnung, die bleibt. Jeden Tag neu. Verschenke jetzt ein Stück Hoffnung.